Servus Jungs und Mädels, heute gibt es wieder eine stabile Folge um Mägle. Die Folge wird auf jeden Fall wild, ich würde sagen wir starten gleich rein, let's go. Servus Jungs, wie geht's? Servus. Ich habe eine Frage an euch, esst ihr gerne Eier? Okay, kann ich euch meine zeigen? Wie kann man so lost sein und denken, dass das echt ist, dass ich echt meine Eier hier zeige auf Mägle? Servus, wie geht's? Gut. Stabil. Kennst du das? Das kann man leisten. Bro, jetzt bist du gefickt worden, Navara. Ich kenne das wirklich nicht. Ich kenne das wirklich nicht. Dein Bizeps, holy shit. Zeig doch mal. Hä, ziemlich viel, wow. What the fuck? Hä? Findest du? Na, ja. Ich stehe auf Männer, Mann. Ich stehe auf Männer. Ich bin homosexuell. Ostafur, Ostafur. Ostafur, Herram, Bruder. Ich weiß, Herram, aber weißt du, Papa sagt auch, ich habe kein Problem. Okay. Sagst du mir, wie findest du mich? Ich finde dich sehr hübsch, Bruder. Voila. Ich finde dich sehr hübsch. Ich zeig jetzt, okay? Das ist ein bisschen witziger. Schau, Bruder, meine Eier. Boah. Schön, hä? Du kleine Hure, du. Aber warum bleibst du, Bruder? Du stehst nicht da vor Homosexuellen. Warum bleibst du und schaust zu? Ich nehme dich auf Videoaufnahmen und dann schmeiß in YouTube. Schmeiß in YouTube, Bruder, weil du bist auch in YouTube drin. Ich habe eine einfache Frage für dich. Du machst sicher mit. Isst du gerne Eier? Ja. Wirklich? Ja. Dann kann ich dir bestimmt auch meine zeigen, Bro. Okay, Bro. Warte. 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 Von 1 bis 10, wie gut war der? 10. Nicht 10? Ja. Komm in die Gruppe. Aber zeig nochmal den Biceps, bitte. Wo ist er? Aber ich schwör, der ist echt nicht schlecht. Der ist fast so groß wie von meiner Schwester. Wie alt seid ihr? 11. Holy shit. Warum? Was macht ihr hier auf dieser Plattform? Ja, keine Ahnung, wir werden uns so langweilig. Ja, ich glaube, ich werde euch gleich melden, damit euer Konto gesperrt wird. Das gibt Probleme, Digga. Du musst gehen. Servus. Servus. Warte, ich bin ja nicht eh. Achso. Mir geht's immer gut. Warte, kannst du wieder die andere spielen? Ja. Gib mir einen Zug. Spiel wieder die andere, setz wieder auf. Ja, du? Du sollst die Brüner setzen. Achso. Sollst du wieder die andere Person spielen? So, wer bist du jetzt? Maxl. Okay, und jetzt gibst du runter und wer bist du dann? Maxl. Ich feier dich. Ich feier dich. Ich feier dich. Ja, die sind nur Brüner, die habe ich vorher aufgesetzt, weil ich vorher war auch nicht da im Kaffeehaus, die hat eine Maske und Holz gehabt und Brüner aufgehabt und war nicht das Allerschönste. Also, jetzt hast du die Brillen aufgesetzt, damit du sie nicht ziehst, oder wie? Ja, so auf die Ohren. Achso. Die sind nur so drauf. Ja, dann ist es gut, dass ich jetzt keine Brille aufhabe, sonst würde ich dich sehen. Ob ich den Kopf reinnehme für mich? Okay. Arbeitest du dir bei 3? Was? Arbeitest du bei 3? Nein. Achso, schade. Achso, nein. Ich habe das nicht kapiert. Weil ich habe, in den letzten Tagen habe ich ein bisschen Internetprobleme. Achso, nein. Achso, kannst du mir nicht weiterhelfen? Nein, sorry, Bro. Achso. Bist du lesbisch? Oder wie? Ich will 80-20. What's that? 80-20? Also, be Choreos. Be Choreos? Ich stehe dann zu 80% auf. Mach mal zu 20% auf. Du stehst... Ich verarsch dich nicht, ich kenne das nicht. Du stehst zu 80% auf was? Auf Mädchen. Auf Mädchen und zu 20% auf Jungs? Ja. Und wie nennt man das? Be Choreos. Be Choreos. Be Choreos. Was hast du dir gemacht, Bro? Am Flohmarkt? Oder wo? Nein. Aber ich glaube nicht. Du bist so aggressiv. Ich habe dich nochmal gefragt, Bro. Ich gehe mal Fuhhare schneide am Flohmarkt. Ich schneide am Flohmarkt. Immer Sonntags in der Früh. Ja. Ich schneide am Flohmarkt. Immer Sonntags in der Früh. Ja. Ja. Oh. Oh. Hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like. Ein Abo da. Und auch ein Kommentar, ob es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.